Es passt mal wieder so herrlich zusammen. Warum, Johann hat euch gefragt und hat euch in euch gehen lassen, dass ihr merkt, okay, was hat der Herr alles an euch Gutes getan? Und genau das, das ist jetzt mein Gedanke. Nämlich, wir lesen in 1. Korinther 12, ab Vers 1, können wir gerne aufschlagen, die ersten sieben Verse. In 1. Korinther 12, ab Vers 1. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Gützen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Denn in einem Jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das ist so eine schöne, kräftige Aussage, die mich dazu gedrungen hat, etwas zu tun. Aber leider ist es in meinen Augen nicht so gelungen, wie ich es eigentlich haben wollte. Gut, menschlich denkt man anders, aber Gott hat seine anderen Pläne. Ist nicht so schlimm, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass jeden Einzelnen etwas Gutes widerfährt. Etwas widerfährt, wie Johann auch so gut gesagt hat, es widerfährt auch etwas, was vielleicht in den einen Moment nicht so schön war. Aber er zeigt euch und er wird auf den Punkt kommen, um euch zu beweisen, dass es gut war. Und so bringt der Herr, was in den Leben der Menschen hinein, um ein Wirken, um ein Nutzen aller zu sein. Denn einen jeden ist etwas gegeben. Dieses Gaben hier, was hier gemeint ist, wir denken das immer sofort, es stehen ja sofort im Nachhinein, den einen ist die Weisheit, von der Weisheit zu reden, den einen von der Erkenntnis, den einen von dem Glauben. Ja, und genau da ist es alles. Es hat nichts damit zu tun, dass einer gut reden kann. Es hat nichts damit zu tun, dass einer ein Prediger ist. Es hat nichts damit zu tun, dass einer ein Leiter ist oder ein Kinderstundenleiter oder irgendwas diesergleichen. Sondern es hat damit etwas zu tun, dass jeder etwas gegeben wurde und jeder hat entweder Weisheit, Glaube oder Erkenntnis vom Herrn zu erkennen bekommen. Und genau diese Dinge sollen wir weitergeben. Genau diese Dinge sind gegeben für alle, in allen. Ich muss immer wieder an diesen Punkt zurückdenken, dass ich habe, wenn wir zu Hause reden, wir nehmen sehr oft immer wieder die Bibel oder irgendwas, Bibelstellen dazu und dann reden wir und ermutigen uns und bringen uns in welchen Situationen auch immer wir sind. Wir erzählen uns ja, mir geht es da schlecht und so weiter. Ja, guck mal, das steht doch in der Bibel, musst du dir keine Sorgen machen. Der Herr hält das alles in seiner Hand, so und so hat er auch mit ihm, mit David zum Beispiel gehandelt oder mit anderen Helden aus der Bibel oder je nachdem. Und so versucht man sich mit jeglichen Worten, die in der Bibel sind, zu ermutigen. Und ja, es hilft sehr oft, sehr oft, denn das Wort Gottes hat ja diese Macht. Und ab und zu ist es aber so, dass man trotzdem irgendwie in einer Starre verweilt. Einer Starre, aus der man irgendwie nicht rauskommt. Man schafft es nicht, man sieht es und weiß, er hat mir das gesagt, das ist so. Und da steht es, aber ich kann es nicht annehmen, ich verstehe es nicht. Und plötzlich, beispielsweise in einer Predigt oder in einem Gespräch oder auf einem Besuch, in einem Lied, in einem Gedicht oder sonstiges, irgendwo, erzählt plötzlich jemand von der gleichen Begebenheit, aus der gleichen Sicht dieses Menschens, wie zum Beispiel aus der Sicht einer Frau. Ich bin keine Frau, also kann ich aus der Sicht einer Frau nicht reden oder aus der Sicht eines Mannes und plötzlich versteht man das. Plötzlich leuchtet es einen auf und man sagt, da steht es doch. Und man kann daraus entnehmen, Kraft schöpfen, den Herrn danken und es weiterführen. Und ich habe das, ganz ehrlich gesagt, schon als ich in Elmstown, weit in Elmstown war, das ist schon länger, als ich kleiner, junger war, merkte ich, dass dies aufgehört wird. Dass aufgehört wird, diese Gabe auszuführen. Die Gabe, die ein jeder bekommen hat. Ich habe sogar schon einmal was gehört. Es ist halt schade, aber es ist halt so, dass ich einfach mal eine, wir haben in Elmstown sehr oft mit der Jugend Eltern hier alten Besuche gemacht und dann habe ich mit einer gesprochen und die meinte dann, ja Christian, was kann ich denn noch tun? Also mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe mir gedacht, wenn du nichts mehr tun kannst, dann hätte Gott dich geholt. Dann wärst du nicht mehr hier. Dann hast du deinen Auftrag erfüllt. Aber weil du noch hier bist und hat Manfred Siebald aus der Sicht einer solcher Person ein schönes Lied geschrieben und hat in diesem Lied deutlich gemacht, der da oben, er weiß, warum ich noch hier bin. Und ich möchte noch jetzt in dieser Zeit das tun, was er von mir verlangt. Und da sollen wir in uns kehren und suchen, immer wieder. Es gibt so einen richtig schönen Film, der heißt The War Room und da ist es genauso, dass eine ältere Dame einfach sagte, ich weiß es nicht mehr, Herr, was soll ich für dich tun? Und so hat sie gekämpft im Gebet, hat gesagt, Herr, ich will aber noch, du hast doch einen Grund, warum ich noch auf Erden bin. Und so hat sie eine Person vor die Füße bekommen, durch der dann, durch ihre Gebete und ihren Kampf mit dieser Person eine komplette Ehe wieder zu Gott gefunden hat und Jesus Christus im Herzen gepriesen und gelobt wurde. Und das ist auch die Aufgabe, die wir immer wieder haben, sei es eine junge Person, ermutigend der Älteren oder eine ältere Person, ermutigend der Jungen. Denn wie gesagt, du hast den Geist oder diese Gabe, dieses Geschenk, was hier heißt, was es hier heißt, diese Gabe, das ist eine Gabe von Gott gegeben, die du ausführen sollst. Das ist nicht deins, das ist nicht etwas für dich, das Gott dir gegeben hat, hier, nimm mal, damit es dir gut geht, wie es so gerne einige für sich überhalten wollen. Nein, es ist eine Gabe, die ist gegeben, damit du anderen dienst. Es ist zum Nutzen aller anderen, nicht für dich. Du empfängst dadurch den Segen und das ist noch viel schöner. Also ich möchte, ich möchte uns alle ermutigen darin, dies zu tun und ich denke da, das ist ein sehr, sehr, also wir leben in dieser Zeit und diese Zeit rutscht da immer weiter rein. Und da wir nun in diese Zeit rutschen, heißt es aber nicht, dass wir in der Zeit bleiben dürfen oder sollen, sondern dass wir mit Kraft die Hände erheben und sagen, Herr, stärke uns darin. Zeige du mir wieder was. Lass mich erkennen, was du in meinem Leben tust. Kann ja sein, dass wir aufgehört haben, dies zu erkennen. Und vielleicht, was ich auch schon von jüngeren Leuten gehört habe, dass es dann heißt, ja, das, was du erlebt hast, habe ich nicht erlebt. Ach so, muss dann ein Engel vom Himmel kommen, damit du denkst, du hast etwas erlebt? Nein, das muss nicht. Dass du überhaupt dein Brot auf dem Tisch hast, haben wir gerade schon gehört, das ist schon Segen. Dass du Nahrung bekommst. Dass du morgens deinen Fuß aus dem Bett heben kannst. Das ist so viel. Und in so vielen Situationen fallen wir alle. Und Gott weiß ganz genau, er weiß es. Und er lässt dich auch in solchen Situationen aus dem Grund, damit du den Nächsten dienen kannst. Und das müssen wir wieder. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass das aufgerüttelt in uns wird. Und damit wir wirklich diese Zeit, die wir noch auf Erden sind, wirklich den Groschen, den wir haben, nicht in der Erde vergraben und dann zurückkommen und sagen, siehst du Gott? Gott, hier hast du es wieder. Nein, wir wollen es vermehren. Daraus viel machen. Tüchtig sein. Denn dann werden wir eingehen ins Paradies und der Herr wird sagen, geh ein, du treuer und tüchtiger Knecht. Stehen wir auf dazu und bitten ihn. Gehen wir auf dazu und bitten ihn. Untertitelung des ZDF, 2020